So, wir kommen dann zum nächsten Fohlen am 31. März, geboren hier nochmals ein Fohlen von Casal, aus der Charlene eine Cassini-2-Tochter, das ist der Stamm 1298 und dahinter Grandyman Calypso 1 Ladykiller, darauf geht dieser Stamm zurück. Casal, das brauchte ich Ihnen beim ersten Fohlen schon nicht viel zu sagen, dieser überragende Hengst legt zu, der kann das. Untertitelung des ZDF, 2020 und auch dieses Fohlen fand die Zustimmung der Prämierungskommission vielen Dank für die Prämie Kasal Cassini 2 eine Sache die gepasst hat hier und auch dieses Fohlen